Der Oktober neigt sich schon wieder echt schnell dem Ende, deswegen habe ich mich hier mit euch gemeinsam versammelt, um euch meine Herbstdrogerie-Favoriten zu zeigen. Und hier sind ein paar Produkte dabei, von denen man glaube ich nicht gedacht hätte, dass ich sie mit hier reinnehme, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr habt alle eine wunderschöne Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich habe in den letzten Tagen wirklich sehr viel Zeit in den Drogerien verbracht und habe dort gedreht und der Content kam sehr, sehr gut bei euch an. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Es war eine wirklich schöne Motivation zu sehen, dass das gut bei euch ankommt. Ich habe natürlich auch einige Produkte getestet, einige Produkte wieder so ein bisschen rausgekramt und einen Blindkauf gemacht, auf Amazon allerdings. Aber preislich zähle ich das jetzt mal noch ein bisschen mit in die Drogerie. Dann kommen wir gleich zu. Ich hoffe es geht euch gut. Wir starten direkt. Ich habe meine Base schon so ein bisschen gemacht, denn ich will die Produkte auch gleich live mit euch benutzen. Und wir starten mit dem ersten Produkt. Das ist ein Bronzer von Everline Cosmetics, der Schoko Glamour Creamy Bronzer. Das war so ein Produkt, was mir aus dem Video, was ich gemacht habe, wirklich positiv auch wirklich aufgefallen ist und auch nachhaltig in meiner Anwendung. Und jetzt war die letzten zwei Wochen, das ist so ein Döschen. Packaging ist recht einfach, ist aus dieser Schokoreihe, aber der ist unglaublich schön. Ich arbeite den total gerne mit einem Puderpinsel auf, weil ich den dadurch so ein bisschen grobflächiger auftragen kann, wie so ein Airbrush-Effekt. Weil die Haare sind natürlich nochmal ganz anders. Und ihr seht es, mit so einem Puderpinsel kann ich den viel präziser aufbauen. Der ist recht kühl, sodass ich den auch nur peripher außen auftrage und richtig schön einblende. Den kann man ganz leicht auftragen, den kann man aber auch wirklich intensiv aufbauen. Ich bleibe heute bei einer leichten Schicht. Der ist ganz, 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 ganz cremig, sehr kühl, sodass du wirklich so einen richtig schönen Contour-Effekt hast. Kannst du auch punktuell auftragen und dann in die Foundation mit reinblenden. Ich habe ehrlich gesagt keine Probleme mit dem Produkt gehabt. Also Probleme im Sinne von, ob es mit irgendeiner Foundation nicht funktioniert hat oder so, hat bis jetzt mit allem gut funktioniert. Und was ich total gerne gemacht habe, ist, ich habe das einfach ohne Foundation benutzt. Ich bin ja im Alltag, ne, trage ich ja selten Foundation mittlerweile. Meistens nur Color Corrector unter den Augen und vielleicht ein bisschen Bronzer. Und das hätte mir sehr, sehr gut gefallen. Ich arbeite immer so ein bisschen in meiner Hand, dass es nicht zu viel wird. Denn es kann schon passieren, dass man recht viel benutzt. Aber mit so einem Puderpinsel sieht das immer ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde das sieht immer so ein bisschen weicher aus. Das gibt dem Gesicht ein bisschen Form. Es ist recht kühl, deswegen brauchen wir gleich auch noch ein bisschen Bronzer. Aber das ist einfach so einfach zu benutzen gewesen. Hier ein bisschen auftragen, ein bisschen ausblenden, fertig. Eveline war wirklich für mich die letzten Tage eine sehr, sehr positive Überraschung. Weil ich noch gar nicht so viele Produkte von der Marke getestet habe bisher. Und ich durch dieses Full Face natürlich einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling für die Produkte bekommen habe. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass man Produkte im Ganzen testet und auch vielleicht mit anderen Produkten, weil die Produkte natürlich auch gut funktionieren. Aber der Schokobronzer war wirklich so, das war so ein Highlight, würde ich sagen. Weil er auch als Lidschatten sehr schön aussieht. Einfach so ein bisschen hier raufgetupft für so einen Hauch. Ein bisschen hier, um das Auge ein bisschen zu formen und so ein bisschen zu schattieren. Muss jetzt gar nicht intensiv sein, aber der funktioniert dafür natürlich auch. Einfach für so ein bisschen unter den Wangen. Und dafür ist er jetzt auch meines Erachtens nach gedacht gewesen. Ist der sehr, sehr gut. Eine Sache, bevor ich die vergesse gleich. Uh, ich gehe jetzt einmal die Woche zum Nanoneedling und alle zwei Wochen Nanoneedling, Microneedling, Nanoneedling, Microneedling. So, und damit meine Haut schneller wieder heilt, habe ich das hier. Von Mivolis, Medizinprodukt Wundspray. Beugt Infektionen und Narbenbildung vor, fördert die Wundheilung und reduziert die Blutung. Schmerzfreie Wundreinigung. Das ist Wasser. Das ist Wasser aus der Drogerie. Teures Wasser, aber hier ist Zink und Eisen mit drin. Und das ist, also Zinksalbe ist ja super, um die Haut, ne, wenn du so einen Pickel hast, machst du Zinksalbe drauf. Ich kann aber nicht den ganzen Tag mit so einem weißen Fleckchen hier im Gesicht durch die Gegend rennen. Und damit ich meiner Haut aber trotzdem dieses Zink zuführe, dass sie schneller heilt. Ganz, 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 ganz toll. Das habe ich jetzt in meiner Tasche mit dabei und sprühe das einfach rüber. Ich sprühe es einfach ins Gesicht zwischendrin. Es zieht dann irgendwann weg und hinterlässt keinen schmierigen Film. Es sieht irgendwie nicht fettig oder ölig auf der Haut aus. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das mache, ich hatte euch ja auch neulich erzählt bei Instagram, dass ich jetzt eine Diagnose bekommen habe, was meine Haut angeht. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das benutze, juckt die Haut auch nicht mehr so stark, ne. Deswegen bin ich ganz gespannt. Vielleicht habt ihr das schon mal getestet. Das ist ein bisschen teuer im Verhältnis zu dem, was es ist, bin ich ehrlich. Aber das hat mir geholfen. Und wenn ihr vielleicht zu sehr starken Entzündungen neigt im Gesicht oder wenn ihr vielleicht mal so ein Pickelchen habt, aber nicht den ganzen Tag mit einer Zinksalbe im Gesicht rumrennen wollt, wie das Sams, dann probiert das mal aus. Bleiben wir kurz noch bei Sprays. Passt nicht so ganz in die Drogerie. Aber ich muss euch das zeigen, weil es waren ja die Amazon Prime Days. Vielen, vielen Dank übrigens für eure krassen... Ich sehe es ja immer, wie es bei euch ankommt. So, und ich habe mir ein paar Parfums bestellt. Eins habe ich das Falsche bekommen, das andere konnte nicht zugestellt werden. Warum auch immer, weil das konnte zugestellt werden. So, habe ich noch nie von was gehört. Cremo. Ah, krass, echt schon wieder teurer geworden. Aber 34 Euro. So, das sind auch, weiß nicht, 100 Milliliter. 100 Milliliter. Ich habe mich für Spice und Black Vanilla entschieden. Es gibt auch noch Holz, es gibt Schaf, es gibt Frisch. Ich werde mir das Frisch auf jeden Fall auch nochmal holen. Pass auf. Dieses Parfum, es riecht nach irgendetwas, was ich kenne. Aber du riechst die Vanille. Es ist leider nur ein Ode Toilette, aber es hält extrem lange. Der erste Duft braucht, es braucht kurz einen Moment. Es riecht so warm. Es riecht wie ein Herbsttag vorm Kamin mit Vanillekipferl im Ofen, aber nicht so süß. Also das ist kein süßer, gourmandiger Duft, sondern ein sehr würzig, frischer Duft. Es riecht, als hättest du frische Wäsche in einem Raum getrocknet vor einem Kamin, wo vor einer Woche Vanillekipferl gebacken wurden. Dieses Warme, du riechst dieses ganz, ganz wohlig Warme, aber trotzdem frischer. Spektakulär, spektakulär. Habe ich, war wirklich ein Blindkauf, es erinnert mich auch an irgendetwas. Ich kriege es nur leider nicht zusammen. Spice & Black Vanilla, ich verlinke euch das einmal unten. Was ganz krass ist, ich bin ja so eine Maus, ich sprühe ja auch einfach manchmal so wahllos in den Raum, damit ich den Raumduft irgendwie so ein bisschen anpassen kann. Das hält im Raum auch lange. Ganz, ganz toll. Hier, Bewertung von Rainer. Hält lange und riecht sehr gut. Ich weiß nicht, es hat so was Pudriges, aber so eine würzige, pudrige Note, die mir sehr gut gefällt. Ist so eine, das ist, aktuell ist das mein, nach dem Duschen, ich gehe ins Bettduft. Ihr merkt das, nein, ich habe echt einen Parfum-Munker. Nach dem Duschen sprühe ich mir einen Duft auf, der nicht so intensiv ist, der mir so ein bisschen gemütlicher macht. Und das ist der gerade ganz, 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 ganz toll. Kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr so einen warmen, pudrigen, aber nicht so mädchenhaft pudrig, sondern so ein bisschen, da war der Holzfäller wieder mit am Start, ein bisschen holzig, ein bisschen würzig. Eine würzige Wäschetrocknung im Winter vom Kamin. Meine paar Vorbeschreibungen sind immer ein bisschen wild. Das nun mal an dieser Stelle. Als Blush kann ich mich, ehrlich gesagt, gerade nicht so ganz entscheiden. Ich zeige euch trotzdem einfach beide. Wir haben hier einmal den Color Corrector von Essence, den ich auch jetzt in der Aufnahme hier schon benutzt habe. Unglaublich gut unter den Augen. Ich mische den dunklen und den hellen immer auf meiner Hand einfach zusammen und habe den perfekten Ton. Der hält sehr, sehr gut. Der fixiert sich von selber. Du kannst ihn auch ohne Make-up tragen, ohne dass du aussiehst wie ein Clown. Und ich liebe den vor allen Dingen auch als Blush. Das mache ich jetzt auch ganz schnell mit euch. Ein bisschen reich. Der ist sehr intensiv. Sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich nehme auch hier wieder einen Puderpinsel und arbeite mir den Blush in den Puderpinsel ein. Und da ich jetzt auch hier noch so ein bisschen Konto mit dran habe, wird das so ein richtig schöner, orangiger, warmer Ton. Ich nehme es als Entschuldigung an, Essence, dass ihr mir dieses Jahr auch wieder nicht die Fallback in Love with Nature oder so Puderpalette rausgebracht habt. Bin ich immer noch sehr sauer. Ich warte jedes Jahr drauf und jedes Jahr werde ich stark enttäuscht. Ich nehme das jetzt einfach als Entschuldigung an und akzeptiere es. Sehr, sehr schöne, sehr warme, sehr pigmentierte Farbe. Ist halt ein Orange, ne? Auf dunkler Haut mit Sicherheit wunderschön. Wenn du ein bisschen heller bist, musst du ein bisschen leichter sein. Kannst du es ein bisschen mit einer Foundation mischen. Ist so ein richtig schöner, warmer Ton, der... Ich finde, wenn du so einen kühlen Konturton hast und dann so einen extrem warmen Blush hast, der aber nicht pink ist, ist es schön. Ein bisschen hier über die Stirn. Es wärmt das Ganze darauf auf. Und ich glaube, jetzt brauche ich auch gleich keinen Bronzer mehr. Weil ich jetzt diese extreme Wärme durch den Blush habe und kühle durch die Kontur. Einfach so ein bisschen über die Nase. Hier ein bisschen über die Augen. Ich gehe damit überall lang. Einfach, dass es so ein bisschen harmonischer aussieht. Ich glaube, wir sollten langsam ein bisschen von diesen... Der Blush kommt da hin, die Konto kommt da hin, der Highlighter kommt da hin. Mach es einfach überall immer ein bisschen hin. Es sieht immer ein bisschen weicher aus, wie ich finde, oder? Ich mag das sehr gerne. Wir müssen das Ganze aber fixieren. Und da, muss ich sagen, hat mich Essence wirklich überrascht. Wir haben das hier aus dieser Up-Kollektion. Das Color Correction Powder. Also, ich würde das auch nicht so als Color Correction Powder bezeichnen, weil das einfach zu wenig ist und das zu viel. Das wird dann sehr pink. Du kannst es komplett mischen. Dann fixiert es ein bisschen, aber es nimmt halt nicht den Glanz weg. Also, es mattiert nicht. Es korrigiert viel. Ja, nee. Nicht mal das, würde ich sagen. Also, für das, als das es gedacht ist, würde ich sagen, ist es nicht gut. Aber, ihr kennt mich, ich zweckentfremde Produkte ja immer total gerne. Und ich habe das gekauft, habe ich euch neulich erzählt in dem Video, weil hier unten dieser pinke Bereich sehr groß ist und du mit den Microfiber Multi-Tools Minis hier gut runterkommst und das dann unter die Augen geben kannst. Und durch diesen pinken Ton wird der untere Augenbereich einfach so schön aufgehellt. Okay, Essence haben wir ja, haben wir schon drüber gesprochen, ne? Das einfach nur das Pink bitte, neben das Banana Powder. Und das wird ein Bestseller. Nein, Spaß verseit. Also, es sieht wirklich schön aus. Es ist recht fein gemahlen. Du kannst auch mit so einer Quaste hier mit rein. Ich würde das nicht als Color Correction Powder bezeichnen, wenn ich das mit meinem vergleiche, das ja viel mehr Pigment hat und die Haut viel heller und gleich einheitlicher macht. Das ist eher so ein Pink Powder. Aber nicht zu pink. Hier hinten ein bisschen aufhellen, hier unten ein bisschen Kontur setzen, fertig. Und ich dachte mir, da wir jetzt hier schon so ein schönes, warmes Make-up haben, zeige ich euch eine sehr intensive Lippe, die ihr vielleicht, wenn ihr in den nächsten Tagen weggeht, rausgeht, ein bisschen was unterwegs macht, aber eine Statement-Lippe haben wollt, zeige ich euch diese Kombination. Unglaublich schön. Ich persönlich mag ja sehr dunkle, sehr kontrastreiche Lippen im Vergleich zu meinem Make-up, gerade wenn ich gar nichts auf den Augen habe. Ich habe hier einmal den Lip Liner von Catrice, den Plumping Lip Liner. Kennt ihr meine Meinung, das ärgert mich immer bei Catrice, die Farben sind so toll, aber ich mag dieses Plumping nicht, weil es einfach so massiv die Lippen austrocknet. Wenn ihr damit kein Problem habt, große Empfehlung, wenn ihr so einen dunkel-braunen Lip Liner haben wollt, Chocolate Lover 170 aus der Plumping-Reihe. Ist ein sehr intensiver, dunkler Ton und es wird auch eine dunkle Lippe. Ich weiß, viele mögen das immer nicht, aber das ist ein Statement. Und vielleicht ist es eine Inspiration, auch mal ein paar Lippenstifte von euch zu Hause wieder zu benutzen. Was ich immer mache ist, ich gehe mit dem Rest Schwamm, mit dem Rest Foundation, ja einmal rüber, dass ich die Kontur wirklich einheitlich habe und da nicht ein bisschen was durchschimmert. Bei diesen dunklen Farben geht es wirklich um Präzision. Hinten ist so ein kleiner Anspitzer drin. Damit kann man den ein bisschen spitzen, du kriegst ihn aber nicht ganz spitz. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich lege den einfach schräg an. Was ich mache ist, ich blende den gleich so ein bisschen mit dem Finger aus. Ihr könnt auch einen Pinsel nehmen, ein bisschen ausblenden. Ich mag sowas ja total gerne. Ich fände, das würde auch so schon reichen. Aber wir kommen jetzt zu dem Lippenstift. Und den habe ich ja zufällig gefunden von Lavera Naturkosmetik aus so einer Limited Edition, die, ich glaube, Elements-Kollektion heißt die, glaube ich. Red Wood Packaging. Fühlt sich sehr recycelt an. Unglaublich schöner, dunkler Rotton. Und dieser Ton mit diesem Lip Liner. Warte, schaut euch das an. Der ist super glossy. Und dann gehe ich nochmal mit dem Lip Liner rüber und ziehe die Kante ein bisschen nach. Und mische die Farben so ineinander, dass ich wirklich einen schönen Übergang habe. So, und jetzt schaut euch mal diese Lippe an. Das ist eine dunkle Lippe. Das Rot ist aber noch da. Super, super intensiv. Und was ich ganz spannend finde, ist mit diesen Kontrastenspielen. Im Moment bin ich ein bisschen heller als sonst. Habe keinen Self-Tent drauf. Habe Kontrast hier mit meinen Haaren, mit meinen Augenbrauen. Dann so eine Lippe. Aber die Haut ist eher ein bisschen weicher und heller. Unglaublich schön. Der ist richtig, richtig lang anhaltend, muss ich sagen. Du kannst auch das Magic Fix von Art Deco einfach rüber machen. Mascara machen wir gleich noch rauf. Und du hast einen Herbstlook. Ich glaube, im Herbst sollten wir dieses Jahr mehr wieder auf die Lippen gehen, oder? Als Mascara habe ich jetzt hier die Mighty Volume Brown Mascara von Rival Loves Me benutzt. Und habe meiner Meinung nach einen sehr schönen herbstlichen Warmlook. Ich bin ganz besonders gespannt, wie euch die Lippenkombination gefällt. Ich mag das total gerne. Es sieht einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen was Elegantes, aber auch ein bisschen edgy. Und könnte man mit Sicherheit gut an Halloween tragen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin gespannt, welche Monatsfavoriten ihr diesen Monat in der Drogerie gefunden habt. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.